Als bisherigen Höhepunkt unserer Bad Company 2 Berichterstattung haben wir uns gedacht, wir geben Ihnen, unseren Lesern, die Chance uns unsere Bad Company 2 Hundemarken abzunehmen. Deshalb haben wir mit Usern aus dem GameStar Forum zusammen gespielt. Wir, das sind der Nico, alias Thundercracker, René als Sephre, Michi als Gumbraider und ich selbst Fabian als Supersigi. Wir haben Arika Haber gespielt und wir zeigen Ihnen zuerst mal die besten Szenen aus der Verteidigerrunde. Da kommt noch ein Panzer, kommt vorne rein. Fabian, kannst du den markieren irgendwie, den UEV da oben? Äh, ja, warte. Er ist schon dauer. Oh, Panzer von vorne. Er ist hinter der Mauer. Hab ihn, hab ihn. Hab gut. Da blinken welche ganzen Lichter los, wollen repariert werden hier. Der Herr Mann. Er hat auch gern einen Reparierer hier. Ja, zieh eine Nummer und warte mal eine Sekunde. Dann mach ich halt ein Panzer gefunden. Erstmal schön Verbandskasten. Jetzt lasst euch wirklich schocken. Warte, warte, jetzt habt ihr das Ange-Seeker mit dem Humvee. Ja, vorsichtig, nicht überfahren. Woah. Der Panzer ist wieder. Brauchst du eine Reparaturen? Äh, gerne, ja. Ich komm, ich lauf. Ich glaube ich steige aber vorher aus. Ah ja, das sieht nicht gut aus. Kannst du einen Tracer, Marc, auf den Panzer da vorne irgendwie platzieren? Ja, sobald ich irgendwann wiederkomme. Achso, du bist komplett zerlegt, okay. Du bist noch rausgekommen. Ja, schade. Muss ich hier wohl alleine aufhalten? Wow, Artilleriebeschuss. Bei dem kaputten Gebäude ist gerade ein Medic unterwegs. Der läuft zu B rein. Fabian, halt mal kurz durch. Ich bin gerade bei dir eingestiegen. Ja, versuch's. Gucken, da hätten jetzt noch einen B verteidigen. Ja, da ist ein Tank dahinter. Versuche mal zu entschärfen, aber ich glaube nicht, dass das was wird. Nee. Du machst dir... Oh, Mann! Keine Chance. Okay, Tank is down. Er hat entschärfen. Er hat entschärfen. Er taugt nix. Ja. 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 Ja, Medics kommt hier durchgelaufen und Panzer jetzt. Oh. Jetzt brechen sie da durch. Ich hab ja mal ein paar Minen verteilt. So wahllos in der Stadt. Ich versuch mal rüber zu kommen. Geh mal die Munition her, Typ. Okay, Panzer ist zerstört. Aber da sind noch Medics durchgelaufen. Ja. Ja, da kommen welche rein zur Vordertür. Ja, ich stell mich oberhalb der Treppe hin. Nein. Mit Nublaunch war weggekillt worden. Liegst du unten oder oben? Gebäude unten. An der Eingangstür. Aber hier ist noch jede Menge Infanterie. Ah. Ja. Ich war ne Sekunde durch. Dann komm ich wieder nach. Oh geil. Da ist immer noch einer. Da sind zwei noch ein Sniper und ein irgendwas anderes. Einen hab ich. Einen Sniper hab ich. Aber wenn du okay. Ich lieg da auch in der Ecke irgendwo. Kann ich noch jemanden aufstellen bitte? Ja, ich bin noch schon auf. Dankeschön. Ich bin hier mehr im Lauf. Kommt Mautana ins Haus rein? Seid ihr? Ja, genau. Ja, Fabian. Bravos Gericht. Kommt einer zu mir? Oder? Ja. Gerade beim Nachladen hat er mich überrascht. Ja, Mist. Da sind zwei Leute. Und wieder mit der Noob Tube. Ja, dann komm ich halt doch. In Schärfe. In Schärfe. In Schärfe. In Schärfe. Sauber. Da sind aber noch ganz schön viele Leute drin, gell? Pass auf. Bei Bavo oder wo? Ja. Da sind ganz viele Amerikaner noch drin. Die planten gerade wieder. Plant wieder, ja. Was ist denn das eigentlich für ein Wort? Plant? Ist eigentlich Friendly Fire an? Es gibt nur einen. Ach so. Aua. Aua. Guck! Ich hab die Runderpante gefreut. Könnt ihr aber B noch entschärft? Ich fliegt noch auf diesem Hoh raus. Äh... Genau. Kommt Leute! Michael, los! Heldentat! 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 Leckt mich! Leckt mich! Naaaain! Ich hab gesagt, leckt mich! Leckt mich! Leckt mich! Ich hab gesagt. Unter der Hand weggeschränkt hier. Ich glaube in diesem türkisenen Häuschen ist einer drin. Ein türkises Häuschen? Ja, ich mach's gerade kaputt. Ja, die gibt's von Leichen, die es gar nicht gibt. Die kommen hier durch die Mitte durch, bei mir gerade hier noch einer, Medic, der stellt die alle wieder auf. Da kommt ein Panzer, wir haben's geschafft! Und ich stehe gerade in einem Haus, was gerade einstürzen wollte. Wunderbar! Sehr schön! Verteidigerseite glorreich gewonnen, aber ich finde ja, verteidigen ist auch immer ein bisschen leichter, da kann man sitzen bleiben und die Leute kommen lassen. Jetzt haben wir natürlich noch die Angreiferrunde für Sie, allerdings erst mal ohne den Michi, der hat in der Ladepause nämlich einen Crash gehabt. Booooom! Wir haben schon einen Mann verloren, weil der Michi gerade gecrashed ist. Und direkt irgendjemand meinen Platz eingenommen hat. Iko, siehst du den hier vorne? Jo. Da links oben auf dem Hügel sind schon welche. Achja, da rappelt's auch schon ganz ordentlich. Ja, da sind wir auch gerade. Bist du das, der da läuft? Ja. Da sind wir weiter, genau. Da ist noch ein Medic, das heißt, da ist ein ganzes Nest da oben. Ja, ah Gott, ich werd auch gerade hier wieder von der Seite böse beschlossen. Da will ich einer messern. Ja, das hat er auch geschafft. Ich habe dich gerecht. Wenn der Quad so gemütlich rumstellt, dann schnapp ich mir das direkt mal. Ah, nehm ich mit! Nehm ich mit! Komm mit! Dann schauen wir mal, ob wir da nicht irgendwo, oder die andere Seite machen. Mach mal ganz außen rum, zu B dann. Das hatte ich vor. Alphas zerstört, wurde klumpf geschossen hier. Jetzt ist nur noch B, also. Oh oh, schneller fahren, schneller fahren! Da sind wir vorbei. Oh oh. Geheizt mir einmal gewählt. Oh oh. Da hab ich ihn wenigstens noch getracert. Kommt, Druck machen. Hinten liegt noch einer. Grabo und Ganken. Schau mal, ob ich bin. Panther kommt von hinter uns. Cool. Ja. Hab ihn einen verpasst hinten. Bist du Entenier, Fabian, oder Medic? Oh oh. Der ist ausgestiegen dort. Wie kommen denn da von denen noch? Gibt's denn das? Aber jetzt sieht's ganz gut aus. Vielleicht kommen wir jetzt mal irgendwie auf D hier. Alter, Alter. Hier ist was los. Autsch! Ich hebe dich wieder auf. Super. Ich hab mal deinen Kit genommen. Danke. Dann nehm ich gleich mal den hier noch auf. Ja und den auch noch. Dann stehen wir wieder. Ah nein, jetzt. Ah, da ist noch ein Assault. Kommt um die Ecke. Vorsicht. Ah, hier liegt nur einer hinter der Ecke. Kannst du mich nochmal aufstellen? Ja. Ja, sofort. Ich muss hier grad noch ne Runde laufen. Ah, dann. Ich will mich ja hier nicht vordrängeln, ne? Ah. Ah, das sieht gut aus. Das haben wir noch mal bald hier. Ran. Ah, dude. Da sitzt einer direkt an der Mauer. Ja, der hat mich auch erwischt. Ja, ich muss grad nachladen. Und das dauert bei dem G36 doch ein ganz schönes Stückchen mehr. Aber du stehst ja schon wieder. Oh, Panzer, Panzer, Panzer und Blocker. Scheiße. Ah, ich wollt grad zurück. Sorry, ich bin hängen geblieben. Jetzt. Ja, ja, ja. So, jetzt dann aber. Da steht noch ein Airbus. Ja, das haben sich schonmal, Leute. Ich wünsch, jetzt macht doch bald mal die Grenze hier auf. So, ich bin schon auf dem Weg nach vorne. Wer bitte bei mir spawnen will, soll das gerne tun. Ich werd auch schon beschossen, aber ich hab meine schnellen Schuhe an. Oh. Wer läuft denn da? Da ist ja noch so einer. Ach. Okay, ich muss mal Festplatte wechseln. Meine Festplatte ist voll. Dogtag. Wuhu. Mensch, hier ist ja richtig ein Nest. Weiter. Gucken wir mal rein. Reinkommen wir mal in die Stadt. Eieieiei. Guckt mal einer mit? Muss ja alle alleine umbringen. Was brauchen wir denn jetzt hier gerade so? Ähm, hier ist ein Panzer. Ja, vielleicht wär ein Engineer ganz cool. Wobei, der Panzerfahrermann ist gerade ausgestiegen. Und ich krieg den halt auch nicht, ne? Oh, Panzer, Panzer, Panzer. Yes. Warte mal, ich helfe dir als Schütze. Okay, bin drin. Was fehlt uns denn jetzt hier noch? Ah, oder was? Ja, ah, ja. Ist doch einer drin. Da sind welche drin? Zwei Stück. Fähre. Oh, wieviel, da ist ein ganzes Nest da drin. Ja, rein da. Ja, rein da. Ja, rein da hat ne. Granaten rein und das Thema ist ja lieb. So, und mal wie ein Dogtag besorgt. Sauber. Go, go, go. Auf geht's zu B. Los, rein da. Ah, Handgranate. Hinter uns irgendwie ist da was explodiert. Ja, danke für die Tür. Au, 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 au. Ich mach Schärfärm. Mach. Ach, das war einer von uns. Ah, verdammt. Ich leuchte einfach mal drauf. Ah, genau. Da kam einer mit der Rocket. Danke für die Wiederbelebung. Ja, da trifft man immer irgendwen. Oh. Nasa darauf ist sehr gut. Da wollte mich einer messern und hat's nicht hinbekommen. Ach. Seid ihr noch vorne da irgendwie? Ja. An dem Punkt dran. Ich liege hinter dem Stein, links. Das ist ein Sniper, der da von den Zügen... Ja, bot. Sauber. Ist das einer von uns, der da liegt? Oh, ne? Eieieiei, hier ist was los. Im Zweifel, ja. Rechts, rechts, rechts. Pass auf. Michael, hinter dir. Nein. Die heben dir da auch gerade alle auf. Au, 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 au. Ach, ich hab's nicht. Ja, jetzt halten hier schön. Uah. Ja, das war Knurz. Ah, hinter uns, hinter uns wird irgendwie... Ah, ich bin alle. Alle. Was an dir ist alle? Die Munitions. Ja, Mann. Ja, ich glaube. Juhu. Und das gibt's auch nicht. Kann ich hier mal aufstellen, bei Alpha? Ich bin grad oben bei... Mach A grad B schaffen. Es dauert nicht mehr lang. Bald Hammers. Sieht doch ganz gut aus. Jetzt krieg ich hier alles gegen Weihnachtsbaum. So muss es sein. Bin ich jetzt gecrashed, oder was? Ja, du läufst in der Luft grad hier. Oh, nein. Nutze ich mal Schützschild. Oh, nein. Ich will doch auch gewinnen. Ah, M40, äh. Na, M40, ich bin wieder Granaten. Michael, bist du irgendwo in Neo noch bei... Bravro? Bravro? Ah, schade. Aber Alpha ist zumindest der Shirt-Wort. Nein, bin halt ebenso tot. Und mach ich immer noch den Moonwalk? Nee, nee, du bist mittlerweile raus. Schööö. Guck die Tickets noch für B. Ach, scheiße. Komm schon. Wie viele Tickets haben wir noch? 13 jetzt. Uuu, das wird eng. Elf. Uuu, das ist mir noch enger. Ich muss mit den Worten von Zett Branigan zu sagen, hört auf zu explodieren. Hahaha. Aber B ist jetzt gesetzt. Neun Tickets noch. Ich würde gerne für den Sieg wieder reinkommen. Aber ich update noch meine Stats. Es dauert alles noch ein bisschen. Nicht sterben, Leute. Durchhalten. So, ich komm wieder rein. Jetzt oder nie, Fabian? Versuch's ja, ich versuch's ja. Fünf Tickets noch. Entschärft. Nein. Letzter Angriff. Keiner darf sterben hier. Alle Medic. Alle Medic. Hier drüben im Haus kommen sie. Oh, verdammt. Oh, ich bin wieder tot und die entschärfen wir, wenn da oben jetzt nicht... Drei Leute sind links an der Treppe. Das zählt nicht erst vorbei. Knapp. Juhu. Ich hab gewonnen. Juhu. Hast du uns im Stich gelassen. Juhu. Juhu. Es war aber auch verdammt knapp, ey. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Also, ich hab gewonnen. Ich gehe, wie immer, unbesiegt vom Platz. Komm, geh mit deinen Freunden spielen. Juhu. Juhu. Juhu.